Meine Damen und Herren, wir haben herrlich gelacht mit diesem herrlichen Quatschballett, aber normalerweise ist eigentlich jeden Tag in diesem Theater, ist das ernst, und sind Dramen und Melodramen. Und heute zeigen wir Ihnen einen kleinen Ausschnitt aus einem Melodrama, was wir das ganze Jahr in diesem Theater gespielt haben. Sehr traurige Geschichte, Sie sehen eine schöne Szene von Andrea Jürgens in einer Nummer, die heisst, wenn ich das nur wusste, das ist mein Melodrama heute Abend. Und dabei liebe ich euch beiden so sehr. So, mein kleines, jetzt erbrasch ins Bettchen, es ist schon spät. Sag mal, Mutti, glaubst du, dass Papi im nächsten Jahr bei uns Silvester feiern wird? Ich weiß es nicht, mein Kind. Schlaf jetzt. Sag, Fati, warum kann ich denn nicht öfter bei dir sein? Warum geht das nur zweimal im Monat? Sind wir zusammen, bringt mir das doch sehr viel Freude ein? Wie das eben ist, wenn man sich lieb hat. Aber die Mutti sieht das nicht gern, warum, wenn sie mich denn von dir fährt? Und dabei liebe ich euch beide, denn ich werde meine Kind. Warum kann ich nicht entscheiden, wo ich gerne bin? Sag, Fati, warum bringst du mich nachher nicht mal nach Haus? Und kommst du für ein Weilchen mit zu uns freien? Die Mutti wirft dich doch bestimmt nicht einfach wieder raus. Und wir könnten wieder mal zu dritt sein. Aber du sagst nur, dass es nicht geht, weil irgendetwas zwischen euch steht. Und dabei liebe ich euch beide, denn ich bin euer Kind. Ich bin zu klein, um das zu verstehen, doch ich würd uns gern zusammen sehen. Denn schließlich liebe ich euch beide, denn ich bin doch euer meiner Kind. Warum würd uns nicht entscheiden, dass wir bald wieder eine Familie sind? Ja, Andrea, du bist etwas zu groß für die Puppe und natürlich auch noch ein bisschen zu klein für die Liebe. Aber trotzdem möchte ich dir wahrscheinlich die erste Rose in deinem Leben überreichen. Dankeschön.